Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei den Amüsiertabletten mit eurem CrunchGrow auf FIFA 18 am Start. So, ich habe die Spieleentwicklung schon gemacht, ich habe ein monatliches Scouting-Update von meinem Scout gehabt für die Jugendarbeit, da habe ich einen Innenverteidiger oder zumindest irgendwas, was in die Verteidigungsrichtung geht, das wird ja alles noch gescoutet, verpflichtet. Der hat nämlich einen Wert von 210.000 und das ist schon eine ganze Menge und damit kann man, denke ich, mal ganz gut das Ganze bestreiten. So, ich würde ganz gerne Lorenz austauschen, Schleusen da mal mit reinbringen, Stoll mal entsprechend spielen lassen für Piso, um hier mal ein bisschen was mit reinzubringen. Leo in die Innenverteidigung, dafür mal holen, den vielleicht mal auch einzusetzen. Orleshausen bekommt demnächst auch mal seine Chance, wobei aktuell kann der mal jetzt seine Chance bekommen. Wir wechseln dann einfach mal hin und her. So, die Aufstellung würde ich ganz gerne beibehalten. Passt, glaube ich, ganz gut jetzt erstmal rein. Wir müssen gegen Bremen, die zweite ran. Ich habe jetzt auch auf jeden Fall schon mal so ein paar Vorkehrungen getroffen für die Transferphase. Da werde ich nachher noch was aufnehmen. Das wird dann morgen am Sonntag kommen und dann werden wir da mal so ein Special machen, wo wir uns wirklich nur mit den Transfers ohne Gameplay beschäftigen. Und wo wir dann einfach mal gucken, okay, was können wir dann so ganz sicher nach Hause bringen. So, jetzt erstmal gegen die zweite von Werder Bremen ran. Mal gucken, was das denn wohl wird. So, zack, zack, die Wechsel funktionieren, die Heber. Ich frage mich, das wird sich wahrscheinlich immer weiter aufschaukeln. So, dritte Liga Union Park Stadium. Das ist ja ein entsprechend generiertes Stadion. Schöner Sonnenschein. Ich denke, es spricht nichts gegen einen schönen Fußballtag. Werden wir dann mal sehen, wie die Mannschaften gleich sich hier präsentieren werden. Und wie auch Werder Bremen dann stehen wird. Aber auch, wie wir mit dem KSC stehen werden. Wenn wir dann mal wieder vielleicht unter Druck geraten. Unter Druck nicht immer sehr konstant. Und dann eben entsprechend auch mit schnellen und vermeintlichen blöden Gegentoren. Die wir am liebsten vermeiden wollen. Eidogan im letzten Spiel zwei Tore gemacht. Hier wirklich der herausragendste Spieler auf dem Feld gewesen. Und ich denke, hier wird weiterhin das Auge auch auf ihm gerichtet sein. Denn er soll nachrücken. Wenn entsprechend in der Offensive der Gang hochgeschaltet wird, über die Außen gekommen wird. Wird dem auch Eidogan entsprechend dort dann vertreten sein. Die Aufstellung von Werder Bremen. Und eben nochmal auf das Feld gezeichnet. Eine 5-3-2-Formation. Wenn ich das so richtig sehe. Sehr defensiv hinten drin. Das wird also schon mal auf den Seiten vielleicht ein bisschen Platz zulassen. Aber eben entsprechend in der Verteidigung wird es dann für den KSC ein ganz klein wenig härter. Gut, hier noch die Aufstellung vom Karlsruher SC. Orleshausen diesmal drin. Steu diesmal drin. Und eben entsprechend auf der linken Seite haben wir Schleusener. Hier entsprechend unserer 4-5-1-Formation. Oder naja, sagen wir mal 4-2-3-1-Formation. Die ein bisschen breiter aufgestellt ist. Da erwarten wir einfach, dass über die Flügel nachgekommen wird. Und so. Kreis ist gebildet worden. Die Spieler stehen zum Anstoß bereit. Wir können, denke ich mal, eine wunderschöne Partie erwarten. Die Spielleitung. Stefan Schwirbel. Hoffen wir, dass er alles im Griff hat. KSC wird anstoßen. In Form von Fink. Los geht's. So, Hoffmann dann schon mal über rechts mit Bader gespielt. Zurück auf Eidogan. Der Flügelwechsel auf Hörenbach ist dann wohl erstmal gelungen. Die erste Abseits-Version jetzt hier. Fink im Abseits drin gewesen bei diesem Steilpass. Ja, war aber auch keine knappe Entscheidung. Da war er doch klar drin. Aber erstes Anzeichen dafür, dass wir in der Offensive dran sind. Und uns hier auch sicherlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen. Oh, Außenpfosten. Fünfte Spielminute. Da war Katzior durch und haut das Ding an den Außenpfosten. Da haben wir nach diesem Durchstecker doch mal wieder Glück gehabt. Ah, und dann der Pass nach innen. Eher ungefährlich. Und das war Handspiel. Warum jetzt schon die ersten Vorschläge unten kamen zum Wechsel, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Und jetzt hier Freistoß. Werder Bremen die zweite reingezogen. Bülow mit dem Kopf geklärt. Aber der Ball immer noch heiß. Verlaat jetzt auf der linken Seite. Aber Fink. Humorlos. Föhrenbach hat den Ball. Eidogan. Oh, der Ball links vorbei. Schönes Zusammenspiel. Direkt abgezogen. Gar nicht großartig gewartet hier von Eidogan. Einfach mal draufgezimmert. Und der war gut. Der war nur knapp vorbei. Und aber, da muss man sich gar nicht ärgern. Weiter geht's. Aber die erste gute Chance vom KSC. Angenommen von Bader. So, Eidogan über außen. Und jetzt den Ball reingebracht. Bader die Möglichkeit, den Ball reinzubringen. Fink. Und da ist es drin. Tor für den KSC. Von Fink nach einer Flanke von Bader. Wunderschön. Den Ball nicht in der erstbesten Möglichkeit geflankt. Sondern gewartet. Und das war gut gemacht. Auch von Eidogan. Der hier die Vorarbeit. Hat er zwei auf sich gezogen. Bader war dann frei. Konnte den Ball relativ unbedingt reinbringen. Fink nicht sonderlich platziert. Aber es hat gereicht mit dem Druck, den nochmal an den Kopf gekriegt, den Torwart. Das tut sicherlich auch am Auge weh. Und Fink kann es hier machen. Kann hier das Tor und den Führungstreffer für den KSC auswärts markieren. Gucken wir mal, wie Bremen reagieren wird. Abgefiffen worden. Hier doch ein bisschen ruppig gewesen. Und der Schiedsrichter hat dann doch entschieden, dass hier nichts mehr mit einem Vorteil ist. So, die Mauern werden dirigiert. Gucken, wie Bremen diesen Freistoß umgeht. Und, boah, Volkmar. Wirklich gute Chance. Hier vor dem Tor vom KSC. Das war wirklich knapp. Gute Variante, den da reinzuspielen. Und der hätte eigentlich drin sein müssen. Volkmar dann nur den Fuß hingehalten. Und blankes Entsetzen. Bei den Bremern. So, Bülow von der Mitte auf die rechte Seite. Und jetzt mal Platz. Auf dem Flügel. Und ja, die Möglichkeit war da. Hoffmann. Schleusner. Oh, Brüning. Dazwischen. Ecke. Ecke für den KSC von der linken Seite. Kurz gespielt. Mousselia spielt den Ball rein. Zu kurz. Bülow im Ballbesitz. Raus auf Schleusner. Und Jakobsen. Haidogan schon müde, wie es scheint. Trab da etwas übers Feld. Und hier nochmal das ganz knappe Ding von Volkmar. So, jetzt von der rechten Seite die Ecke. Ja, auch wieder von Mousselia. Hoffmann. Drüber. Da war noch die Möglichkeit, als er wieder in den Rückraum gekommen ist, hier von Hoffmann. Hoffmann, da entsprechend zu reagieren. Aber nepp. Der Ball dann doch zu hoch drüber. Was man sich halt fragen muss. Lass der noch weiterspielen. Ja, gut. Den Einwurf lässt er noch machen. Da hat der Herr Schwurbel noch ein bisschen gewartet, bis er abpfeift. Aber jetzt ist Halbzeit. KSC führt verdient. Mit 0 zu 1. Wobei auch die Bremer definitiv Chancen hatten. Hier auf den Führungstreffer. Und das nicht zu knapp. Und auch eben entsprechend auf den Ausgleich. KSC richtet sich jetzt ein bisschen defensiver aus. Bülow jetzt geht es wieder rüber auf die rechte Seite. Schöner Seitenwechsel. Das Ganze dann auch für den Gegner etwas schwieriger zu beherrschen. Wenn man eben entsprechend hier die Möglichkeiten sieht. Fink! Oh, schön aus der Entfernung. Aber Ölschläge ist dran. Erster Wechsel. Kaffenberger runter für Bremen. Verlade. Ne, Verlade geht runter. Kaffenberger kommt rauf. So rum. Wieder Ecke. Diesmal nicht kurz ausgeführt. Es läuft zumindest keiner heran. Muslia. Hier den Ball gerettet. Und hier dann leichtfertig vergeben. Schleusener. Ja, auch hier muss man sagen, die Flanke nicht gut. So, aber jetzt zählt es halt auch den Ballbesitz zu behaupten. Genau so durch solche Bälle. Fink. Ah, ein Kaffenberger dran. Eidogan. So, Eidogan müde. Trabt da leer über dem Platz. Hat aber auch seine Sache gut gemacht. Kuiper geht raus. Neuer frischer Wind auch für Werder. Und Eidogan geht hier. Und Wannicek wird ihn ersetzen. Und jawohl. Was für eine Möglichkeit. Und was für ein Tor hier. Super gemacht. Der Ball kam lang. Und Gordon steigt da einfach am höchsten. und posiert jetzt an der Seitenbande für die Fans. Auch sehr provokativ. Zumal da auch ein paar Bremer Fans dabei sind. Aber hier der Kopfball. Da war noch der Abwehrspieler dran mit dem Kopf. Aber das hat nicht mehr gereicht, um den richtig abzulenken. Torwart geschlagen. Und Jakobsen wird das Tor anerkannt. Weil er mit dem Kopf zuletzt dran war. Also, nicht schlecht derzeit unterwegs hier der KSC. Stellen sich jetzt nochmal eine Spur Defensive ein. Muss man natürlich gucken, dass man nicht zu defensiv wird. Damit man eben noch was an Spielanteilen hat. Stoll. Gut gemacht. So. Eggersglüs geht raus. Daube kommt für ihn rein. Der dritte und letzte Wechsel von Werder Bremen. Dann muss man natürlich gucken, wann wird der KSC nochmal wechseln. In der 71. Spielminute. Und völlig frei, Katzior. Wo war denn da der Gegenspieler? 1 zu 2. Und völlig unnötig das Gegentor. Katzior sich komplett weggestohlen. Und dann war Gordon, der gerade eben noch gefeierte Held, einfach zu weit weg. Und Orleshausen hat bei dem wuchtigen Kopfball keine Chance mehr. Gordon. Weiter gespielt. Gut gemacht. Bülow auf die linke Seite. Schleusener. Jetzt läuft der Angriff auf der linken Seite. Und ah, da kam der Torwart gut raus. Gut gemacht. Für den KSC kein Problem. Gordon seinen Körper zwischengestellt. Und auf Stoll gespielt. Dann das auch kein weiteres Problemchen mehr. wird man aus den Fehlern aus dem letzten Spiel auch so ein bisschen gelernt haben. Erstmal sieht es danach aus. Aber kann das auch anhalten. Gut geklärt. Da den Fuß mit drin. So. Gut geklärt jetzt. Auf der rechten Seite wieder. Der Durchgang. Bader. Weiterhin keine Wechsel beim KSC. Wird wohl so gewünscht sein. Vom Trainer. Bülow auf die rechte Seite. Und Abpfiff. 1 zu 2 gewinnt. Hier der KSC. Der erste Sieg in der Liga. Endlich der erste Sieg in der Liga, muss man dazu sagen. Das hat ja doch lange Zeit gebraucht. Bis das hier entsprechend weiterging. Aber gut, so ist es eben. Die Spieler können zufrieden sein. Anton Fink hier mit einer Leistung. Drei Schüsse, jetzt ein Tor. Kann man, denke ich mal, von einer guten Ausbeute sprechen. Hat er aber auch wenig Akzente weiterhin vorne im Spiel. Vielleicht wird der Trainer da irgendwann mal umdenken müssen. Und sagen müssen, okay, da muss nochmal wieder ein anderer Spieler ran. Sehr klobig eben da der Sturm vom KSC. Vielen Dank fürs Einschalten hier beim Spieltag gegen den KSC. Wir werden jetzt als nächstes ein Special drehen, wo wir entsprechend die Transfers mal über die Bühne bringen. Die entsprechenden anderen Sachen über die Bühne bringen. Wo wir sagen, wir machen mal ein klein wenig Transferverhandlungen. Wir machen Vertragsverhandlungen auch von unseren eigenen Leuten. Und dann gucken wir mal, wie wir nochmal jetzt rotieren können. Weil das Spiel gegen SVW in Wiesbaden, das ist ja schon sehr bald. Da müssen wir definitiv also unsere Leute auswechseln. Weil ansonsten klappt das alles nicht so ganz. Dann sind die Leute viel zu müde. Deswegen gucken wir mal, wie wir da dann weitermachen. Wir können mal eben ganz kurz auf die Tabelle gucken. Das bringt uns jetzt aktuell auf den neunten Platz. Die Tabelle sieht jetzt so aus aktuell. Alle Spiele gespielt. Auf den neunten Platz mit sechs Punkten. Der erste Platz ist mit sieben Punkten dran. Also noch alles locker, locker drin. Jupp. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen hier bei uns. Lasst den Daumen oben da. Empfehlt uns weiter. Schaut immer wieder rein für neues FIFA 18 Material. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Quatsch gesagt. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.